Der Pistenbully 400 wurde als neue Generation des Pistenbully 200 im Markt eingeführt. Bei Serieneinführung markierte der Pistenbully technisch einen großen Schritt nach vorne. Die gesamte Fahrerkabine wurde in Hybridbauweise gebaut, eine Kombination aus Stahl und Kunststoff. Ein neuer Hauptrahmen aus kälteresistentem Stahl und eine weiterentwickelte Hydrostart-Antriebseinheit waren die herausragenden Eigenschaften des Pistenbully 400. Der Pistenbully 400 erfüllte alle national und international geltenden Sicherheits- und Abgasnormen. Dank seiner Wendigkeit präpariert das Fahrzeug zuverlässig auch auf beengtem Raum. Der Pistenbully 400 ist heute der Spezialist für die Pisten- und Parkpräparierung. Er ist ein wirtschaftliches Allround-Talent.